Einwurf Saller, Otto gegen Sobich setzt er sich da durch und dann ist Sarped Singh da, der Neuseeländer, die Führung für Regensburg. Leihspieler vom FC Bayern, da schon zweimal in der Bundesliga eingesetzt worden, aber hier mit seinem tollen ersten Zweitligatreffer Singh. Die Gäste dauerte es 20 Minuten bis zur ersten Offensivaktion der Gäste. Beste mit Zeit, Pesuschkow hebelt einmal die Kieler Abwehr aus und vollendet selbst. 1 zu 0 Jan Regensburg. Pesuschkow bringt sich mit seiner Finte selbst in Position und bleibt dann in der Mitte völlig unbehelligt. Singh mit gutem Auge und der Abschluss aus Zimit. Die anschließende Ecke. Singh sucht und findet Gimba, Gimba, der fällt rein. 2 zu 0 Regensburg. Der Kapitän köpft aus der Distanz ein und Neumann unglücklich. Bleibt er hier am Pfosten stehen, passiert nichts. Das muss man erst mal verdauen. Sotri Zing mit seinem zweiten Treffer selbst eingeleitet. Der Rode küpft das Ding raus und dann der zweite Ball entschlossen gegen Salazar. Und entschlossen unter das Dach von Ferman Nurda, aber auch Nurda kann und muss der Ball hin. Es klappt alles. 2 Jan Regensburg. Es ist praktisch mittlerweile... Er ist jetzt in guter Konditionen. Er ist gut, dass er bei seinen Beleidungen Paternborn wird sicherlich mehr bemerkt. Er wird sicherlich mehr Beleidung, mehr Beleidung, mehr Beleidung, mehr Beleidung. Aber in den ersten Minuten eben Regensburg geht auf die Auge. Und jetzt ist es sicherlich, dass es ein Chance gibt. Und jetzt ist es ein Chance für den Ball. Und jetzt ist es ein Chance für den Ball. Es ist ein Chance für den Ball. Es ist ein Chance für den Ball. der Bayern da ist Salah wieder sinkt und da ist das Tor für Regensburg siebzehnte Minute 1 0 die Führung für den Jahr durch Sabre sinkt das haben sie klasse gespielt der Doppelpass mit Salah aber es ist auch nicht gut verteidigt von Hannover zu große Lücken drüber sieht dann nicht gut aus der ausrutscht der auf früh ausgeweckt kann der home team come back into this game this is Vekeser has a chance for the cross finds Singh Singh finds the target Saprit Singh has got them back in the game a beautiful goal 22 year old New Zealand international online for Bayern auch ein so ja 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die erste Ecke gehört den Regensburgern in der fünften Minute und plötzlich steht es 1 zu 0 für den Jahr. Steve Breitkreuz mit dem Führungstreffer, sein zweites Saisontor war eine gute Ecke von Zing und hier ist die Papnenka absolut ohne Abwehrchance. Er glaubte doch nochmal an sich selbst und vielleicht sogar eine Spur mehr als noch beim Spielstand von 1 zu 2 und das offenbarte sich dann hier. Sapi Zing mit dem Anschlusstreffer nur noch 2 zu 3. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018